Ja, ist auch ein Mikro. Das ist übrigens ein geiles Mikro. Das ist kein normales. Das ist ein geiles Mikro. Ähm, warum ist das Mikro so leise? Obwohl es so wie sonst ist, muss es erst warm werden. Ich weiß es nicht. Ist meine Tür zu, damit ich meine Mitbewohner nicht störe? Ich weiß es nicht. Das sind alles Dinge, die ich nicht weiß. Und das kann niemand wissen. Warum ist der Schreibtisch so voll und hat den niemand aufgeräumt schon vorher? Zum Beispiel eine Putzfrau, die für mich putzt, die ich nicht habe. Man weiß es nicht. Niemand auf der ganzen Welt weiß das. Aber deswegen war das in der letzten Aufnahme auch so leise. Mach ich das jetzt mal hier noch lauter. Diese Kacke. So. Vielleicht ist das jetzt besser. Aber ich habe keine Lust die ganze Zeit so zu schreien. So, äh, ist neue Munition hier. Komm, drück, drück. Ah, siehst du, siehst du. Ja, klar, ist nicht ganz, äh, gewesen. Ähm, was war denn hier neu? Achso, eine scheiß Flammenwerfer. Also, das war schon erreicht. Okay. Geil! So, hier, ähm. Ich meine, ich möchte auch eigentlich nicht lauter sein als die Mucke. Ah, nicht schon wieder. Nein, ich... Ich versuche immer irgendwie Kontakte zu irgendeinem komischen Server herzustellen. Äh, was ist hier? Lass dich hier herunter. Okay. Dann erst dahin und die Garnvision befreien. Oder, warte mal, gab es hier nicht näher... Nein, gab es nicht. Oh, 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 verpiss dich Drache. ok der drache hat sich ein schweinchen reingezogen mein leben so dass seine wie weiter ich will ich jetzt gerade davon eine klippe ist ach so ja witzig witzig falls einer zugucken sieht dass der stream läuft dann schreibt man irgendwas da rein weil ich sie weg hier bevor er wiederkommt das ist ein schweinchen fiech Okay, jetzt geht mir der Stream auf den Sack, es ist total ärgerlich, wenn man nicht, ach fuck you. Na, ich werde bekloppt, wenn das hier, mal gucken, ob der Stream aufhört oder nicht. Ne, er streamt noch weiter, das ist sehr gut. Jetzt muss ich hier wieder Fenster, ah ja, okay, es ist online. Ach, Twitch, Grafik, ach Quatsch, nein, Fenstermodus wegmachen, Vollbild, anwenden, na, wo ist mein da, so, ich habe ja nicht genug Ärger hier, kann man ja nochmal so einen Scheiß machen mit, egal, jetzt weiß ich auf jeden Fall, das geht, weil sonst doof sind, denke ich, ich meine, ich rede sowieso mit mir selber die ganze Zeit, aber dann denke ich nur noch nicht, ich rede mit mir selber. Was ist hier los? Was machen die denn da vom komisches Ding, warum, ach so, hier ist hier unten. Mal weg! Uah, hier brennt alles. Mal raus, mal raus! Okay, ich habe irgendwo... Irgendwo drauf gedrückt, wo dann nur noch hier so ein Schuss oder sowas war. Da im Verständnis wohl! Ich habe Drache, du siehst mich nicht. Ja, wohl dir das lecker Herzchen. Wust du hier kriegt man, was ich hier ausgedacht habe? ich reiß dir den kopf ab und häng ihn mir an die wand fernseher da ist noch ein solcher der ja ich meine immerhin hat das versucht der noch verpiss dich ja okay jetzt zieht sich die ganze 1 dann soll die futter nicht mehr das ist jetzt nur noch ein paar hundert mädchen jetzt gecheckt hier was feines die achtet auf die letzte stelle geschossen noch okay ist irgendwie überlebt weil cyber commando klarer fall vom cyber commando okay da drüben ist der scheiß der doofe drachen hat sich verpisst okay da sind überall welche ich markiere die erstmal und baller ein paar mit den scharfschützengewehr mit dem scharfschützengewehr jetzt nicht so ja schon kriegst du den ich auch noch da ist noch einer doch das ist das schiff da ist ein cyber die andere knarre unsichtbare wand ich weiß nicht wo ich bin bei der arbeit sterben na sowas hat die knarre ist schon wieder leer aber es ist ja zum glück hat meine sonne wie sie weniger so sind die noch markiert ist nicht mal gespannt ich denke mal man kann kann man soweit gar nicht schießen naja twitch läuft ja super immerhin läuft es wie behindert ist das denn ich kann die kiste da oben nicht wegballen von jahres sich hört es nachladen ja twitch mag mein dings hier den den chrome so gerne das ist ja unfassbar so jetzt hoffentlich muss der scheiß cyber eigentlich wo wir hoffen dass er nicht in der nähe ist sieht bis jetzt nicht so aus neuer mission lokalisiert vor dem vorrücken alle das ist auch klar natürlich fahren da zwei patrouille das ist gesehen ja ich habe ja das quatsch doch die doch schießt bevor er schießt es ist echt mieses von dem dinge er kopiert 20 minuten ca also okay die druck zuck auf twitch läuft immer noch nichts auf der kann ich sein das verdammte twitch das macht sie mit absicht ich meine wenn ich twitch wäre und da wird so jemand spielen wie ich dann würde ich dem das auch abwürgen so geht es noch tragen nicht zur verdummung der menschheit bei einer das ist das scheiß boot hatte wichser über ich wollte schon die mini gun nachleihen da kommt ja noch einer irgendwo ist okay ja so damit die cyber hier zu essen halt verstärken gibt es denn hier so viel sind doch gar nicht wenn hier rumgerannt dann doch noch bei der arbeit sterben na sowas explodiert das wenigstens ja befreit für cyberkommando für die schnullerbacken ich wollte gerade sagen da fahren wir feinde rum aber nein da fahren keine feinde rum kann man die menschen stürmer herz mit doch da oben aber es ist ein weiteres magazin für scharfschützengewehr finde ich eigentlich ziemlich cool die omega force hat einen wissenschaftler namens niegel könnte auch nigel sein aber ich würde sagen das heißt niegel entführt und will ihn töten mit absicht alter geht's noch die können ja nicht mit absicht töten durch zufall oder so ok scheiße rette ihn und töte die omega force mit absicht ich glaube ich glaube das kann ich ich habe früher schon mal ein video spiel gespielt da ging es auch darum so rumzulaufen und zu schießen und daher habe ich das gelernt genau so wo müssen dahinten müssen ist irgendwo ein boot ein bütschen das ist ja hier fast aus wie ein u-boot da ist doch sowas wie so oder das gehört doch nicht so einfach hier dazu ne das ist doch ein boot ich will damit fahren das wäre auch zu schön gewesen oh das ist ein hei verpiss dich verpiss dich schwimmen doch die idiot vor der heidehren cyber arsch bei nichts zu sehen ok letzte go sind wir diese komischen drachen eier und fernseher überall drücke escape ach so ach so man kriegt so belohnung wenn man ich habe mich schon gefragt warum diese scheiße einsammeln muss aber ok klarer fall von belohnung klarer fall von finde ich gut ah ich sehe sie schon gucken ok da ist ein scharfschützer zwei scharfschützen riesiger penner irgendein typ noch ein typ der geisel ist wahrscheinlich immer in diesem haus also wenn hat das geklappt mit einem schuss sondern ziel woanders hin vollpfosten sondern so einen dicken fertig zu machen wo ist die geisel reise warte mal kann sich da irgendwie rüberschwingen nee gar nicht ach warte mal kann man die nicht auch irgendwie aus dem kann die doch auch irgendwie aus dem wasser greifen und killen meine ich ich meine bei farb beim einen anderen fahrzeug aus dem scheiß meinen hellen bogen damit man mich nicht entdeckt so warte mal sind jetzt irgendwelche haie vorhin konnte man die doch doch auch irgendwie so warten bleib unter wasser bleib unter wasser ja okay das geht sehr gut checken es nicht hoff ich mal oder oder check das sehr gut schon zwei weniger ja jetzt möchte ich den scharf schützen auf der anderen seite auch so schwimmen dann können wir noch so schnappen naja den kann man sich nicht so oder wird angegriffen schützen verkaufen sein nein ja 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 die wissenschaft hat wieder mal gesiegt das diese form ist ein richtiger ober vielleicht wenn ich eine andere summe die wissenschaftler mal voll den knall erweitert das magazin ach feiler aber ich habe noch ich habe noch vor ach das habe ich ja gemacht da drüben aber genau 200 sind weit aber das ist oben auf dem berg ich bin jetzt an den koordinaten ich weiß nicht was ich tun soll sie wollen seinen tod ein attentat kein problem ich weiß es ist eine schreckliche schlange keine bewegung es gibt einen posten auf einem grad mit blick über die meerlinge naja jetzt habe ich schnauze voll missionsziel hängegleiter sichern sie stimme ich einfach an wo kommen wir denn hin nach dann habe ich genug von schlange mal 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 Ich steh mich mal um. Ich wollte gerade sagen, ein Pfeil fehlt noch, zwei Pfeiler fehlt noch. Ach komm, nimm mal ein Herz mit für später Nachtisch oder so. Kann man ja immer mal machen. Peter! Das sieht es zum Glück niemand. Dann nehmen wir noch einen Schluck Tee, bevor ich mit dem Gleiter fliege. Gut Spiel, dass du dich nicht daran erinnerst, dass ich schon mit dem Ding geflogen bin. Aber okay. Sagten Sie nicht was von Biowaffen? Wir wollten die Russen übertrumpfen. Wir hofften das Drachenblut würde unsere Streitkräfte stärken. Doch dann deckten wir seine Wirkung auf normale Menschen. Es verwandelte sie in Bilder. Ach genau, da hat sich das Drachenblut gespritzt oder so. Es lohnt sich. Aber er hat nur mehr Raketen angefordert wie die roten Speeren. Und er hat sie gestückt. Wie? Gegen alle Racks. Ich glaube er zählt auf die ganze Welt. Und Dr. Carlisle hilft ihm dabei. Ich setze ihm und seine Operation ein Ender-Dock. Niemand bedroht meinen Planeten. Genau! Cyber-Commando! Warnung! Outer Gegner voraus! Ja, irgendwie schon. Hoffen wir mal, dass die nicht schießen können. Okay, sie konnten doch irgendwie schießen. Kommt man irgendwie anders noch da rein? Ich glaube das sollte eigentlich irgendwie actionreich werden. Soll ich da reinfliegen und das infiltrieren? Aber es ist nicht passiert, so. Sieh mal scheiß am Stil. So, jetzt mal gucken. Ach, komm schon. Da hab ich was. Der wird seinen Friseur Termin verpassen. Oh ja, definitiv. Obwohl doch das... Eigentlich ist es glaube ich es schafft jetzt nur... Na, das ist... Fick dich ins Knie. Du fick dich auch ins Knie, hei. So. Fixer. Fick der. Ich weiß. Nichts. 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 Da... Huh? Wo sie zu? Oh Gott. Fiesta. müssen jetzt schon wieder dieses da ist so richtig irgendwas irgendwo sich haben ich schieße vielleicht eine coole idee einfach nur der explosion wegen kann ich wenn alle tot sind das war sehr kopflos von ihm sieht ganz gut aus ich bin jetzt in der mission da ist noch so ein komisches leuchten das schlau oder wie so ein cyber krokodil was geht natürlich über x-con keine guten reflexe das nicht zu fassen ok ok scheiß krokodil ja aber ich habe ihn platt gemacht keine chance ich habe ihn mit meinen rimes und raps voll fertig gemacht wollte ich nur sagen da sind alle platt ok ich bin auf der insel hinter eingang penetrieren das ist meine mission so dann kaufen wir noch mal schnell eben ein hier zwischen den feuergefechten das könnte ja sein dass man in so ein feuergefecht kommt keine motion und körperpanzer mit und noch ein kaffee für unterwegs aufwachen achten muss ja voll ich habe versichtlich den trigger code für ihre granaten bei die lautsprecheranlage verbreitet und diverse granaten gezündet ich entschuldige mich bei allen die verstümmelt oder getötet wurden aber die meine entschuldigt die können sich hey was hat der alarm oder was hier habt ihr eine granate geil geil egal geil 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 Blimm unter der Wasser. Ich bin mir meine Feier wieder. Oh, da oben. Ja, wasser. Oh, uah. das ist der scheiß vogelstraße der schulz wenn du mit dem schnabel zum schusswechsel kommt und ein herz unterwegs die blauen essig am liebsten du hattest da was und ich will den action jackson wegnehmen hat wer sieht mich denn da ich will jetzt 60 schuss es ist irgendwie immer so schnell die ganze scheiße ist 120 schussendurch ist echt wenig das ist nix 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 cool kanal das geht nicht kann sich einfach ansprechen das weil er von der ist das besser da kann einfach eine leiter hüpfen und so ich nehme sein herz hallo benutze den code und öffne das labor das klingt aber schwierig warum kann ich nicht schießen eigentlich wollte ich nicht so ich muss davon okay kein kommenter als mutiger und cool ich zeige es naja damit ist ja das kann ich mitnehmen gehen sie weiter zum laboreingang also jetzt ist das scheiß darüber offen explodiert ich habe meine ladung verschossen vieles echt nicht mehr von der munition sie können stürze auf jeder höhe überleben fast recht jetzt okay das ist ziemlich hoch das projekt zur aerosolierung des blutes für die roten speeren ich sah die resultate sein keine sorge tag war jetzt zum glück wieder ein automat das ist eine rex code garantie mission dr carlyle eliminieren irgendwo lauert da doch immer noch ja aber das sind doch verbindete die hier teilweise rumlaufen arbeiten die nerds immer da sind zu ihrem letzten tag auf erden nicht ausführbar krachenmann ist der letzte feststellungsphase du nutzloses stück veralteter abbetrafe stell ihn endlich fertig ich frag mich gerade ob man diese schweren typen auch einfach von hinten so takedown und kann dreh dich nicht um dreh dich nicht um ja kann man sehr gut und noch ein herz für später so das hier geht nicht um die haben sich da irgendwie eingeschlossen okay irgendwas ist hier passiert in diesem scheiß labor türen die von selbst aufgehen ich liebe 2007 das ist ein geiles jahr das reittier rückwärts gelesen ist auch reittier nicht zu fassen mir was gelernt was hat der was gegessen das klang so als ob der sich da was reingezogen hätte ich habe ihn ins knie getroffen jetzt mit seinem leben vorbei lebensfeindliche anzeichen entdeckt auf sie zu schießen bietet möglicherweise etwas abwechslung oder es geht nach hinten los viel glück jetzt nicht mit irgendwas mit diesen typen los okay die bauen scheinbar zombies aus ihren ehemaligen angestellt was stand da jetzt klettern zum glück kann hier überall einkaufen ich finde das so praktisch hier sieht doch jemand ins gesicht und okay ich Schlafen kann ich, wenn alle tot sind. Genau. Ich glaube, das war es schon. Das war ja schwer. Ich bin richtig gefordert worden. Meine Güte. Mein Puls. Hm, er ist so stark. Beinahe schießt er durch die Decke. So, jetzt warten wir, was machen die denn jetzt mit denen hier? Okay, es ist irgendeine neue Diät, die ziemlich viel geschlagen ist. Alles andere wäre unlogisch. Und hier ist das gesäuft, dass die Saufen, anstatt Essen zu essen, ist irgendein Nahrungsmittelersatz. Irgendwas aus Plastik bestimmt. So, wir kommen jetzt hoch. Hier, nein. Ah, hier. Ah, zwei Treppen ist gemein. Okay, es ist ja kein Unterschied. There is no Unterschied. Anywhere no one can find an Unterschied. Oh, da kann man Klettern labern nicht. Ach, krass. Man hört sich ja so. Ich glaube, dazu gab es am Anfang sogar ein Tutorial. Ich erinnere mich noch nicht. Rex, ich habe Teilzugang zu Ihrem System. Ich werde die Türen für Sie öffnen. Geil, da kommt doch alle her, ihr Fixer. Geil. Er hat den Glück. Er hat den immer noch. Er dachte schon. Wo ist meine Tür auf? Ich kümmere mich um die Tür, Ron. Wo ist meine Tür? Ja, Kacchan! Mach die Tür auf! Achso! Das wollte ich gar nicht benutzen, aber okay. Alter, das schmeißt du nicht! Pfff! Haha! Selbstmordspacken. Was soll ich machen? Soll ich hier irgendwas drücken? Oder was? Ich soll doch nur durchhalten. Aber ich habe irgendwie so das Gefühl, dass die Zeit da ein bisschen anders runter zählt. Ja, noch nicht. Ja. 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 Sehr gut. So, wo ist jetzt der Dr. Carlisle? Ja. 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 Ja, ja. 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 hat ja keiner mitgekriegt diese laute schießerei zum glück war die schießerei nicht leise dann hätten wir es gemerkt hängt twitch dann wieder oder was bei mir sieht es jetzt so aus als würde es funktionieren hat sich das echte nasi vorsicht sagt und ein fehlschuss und sie lassen meine geschöpfe frei die renn zombies die container welche container ich konnte er meinen die mit jungs ziel ausgang nehmen Natürlich! Die Dinger kaputt schießen. Ich kann die da hinten schießen. Ich komme mit einem Heli zu Ihnen. Ah, ein Kuscher. Warten Sie nur ab mit meinen Knacken, Mann. Geil. Warum lacht ihr Narren? Wie fühlt es sich an, veraltet zu sein, Sergeant Coles? Was für Zombies? Ich kenne mich nicht, welche Fickten Container die meinte. Wachst du, brennender Idiot? Nein! Was für Zombies? Die Zombies kommen jetzt aus dem ... Aiming wieder wie so ein ... weiß ich nicht. An den witzigen Stellen bleibt es hängen, das macht es. Okay. Ah, wir müssen jetzt nachladen. Okay. Genau. Genau. Ey. Kann man diese? Ach so. Ach so. Ach so, okay. Das ist den. Alter. Ja, ich weiß nicht, was hier passiert. Okay, ich halte die Schnurz voll. Jetzt, jetzt halte ich die Schnurz. Jetzt halte ich die Schnurz voll. Jetzt ist mir egal. Jetzt halte ich die Schnurz voll. Ich muss alle draufgehen. Okay, ich soll irgendwie hier rücken. Witzig. Witzig. Ja. Ey. So, haben die irgendwie Munition für mich dabei? Nö. Keiner. Ey. Ach so, vielleicht hätte ich die Container ja aufschießen können. Und wenn die nicht, äh... Die, die nicht so kam, angehören. Wenn die mich noch nicht entdeckt hätten. Also, ich muss glaube ich auch auf sein. Dings, äh... Äh... Kannister schießen, genau. Ach, schau wieder. Meine neue Jacke, du Vollarsch. Darf ich nämlich dein Herz mit? Kalima! Kalima! So ging es doch hier bei Tablet Stores. Kalima, schau die so. Oh, haben sie auch. Oh, haben sie auch. Irgendwie so. Also, das... Ich glaube, es war sogar ziemlich originalgetreu, was ich da nachgemacht habe. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Originaltext... Oh, 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 oh. Typisch Hollywood. Oh Gott, ein Cyber... Oh, scheiße. Cyber-Haie, Cyber-Labyrinth. Ah, du bist hier voll in Asch gefügt in dem Spiel. So, boah, es macht so fertig und so. Jetzt ist es vorbei. Einfach so. Okay. Jetzt ist wie raus hier. Jetzt weiß ich zwar nicht genau, warum ich da drin war. What the fuck? Ey, ich hab das scheiß Herz da. Rübergeworfen. Hier, frisst. Es ist hier nicht ausführbar. Der Labor-Tür-Mechanismus ist defekt. Schwachstelle im Sternum der Blutdrachen entdeckt. Zählen Sie auf das Leuchten auf Ihrer Brust. Zur Erinnerung. Unten bleiben und Cyber-Herzen sammeln. Nein! Wenn er die Blutdrachen nicht mit Cyber-Herzen ablenkt, werden Sie lebendig grillen. Ihhh! Ihhh! Verdammt! Alter, ich schmeiß doch hier die Herzdingds und so rum. Fress die doch! So, wo ist jetzt savoir schon fast plattes? ist das lecker ich würde das essen wenn ich ein cyber drache wäre zeigt doch noch kurz ich habe mich wirklich spritzdinger das so da habe ich irgendwo eins gefunden ok Okay, cool. Ach, da hatte ich noch eins. Sehr gut, nehm ich mit. Ach, das ist auch irgendwo Zeugs und... Geil! What the fuck? Sag mal, geht's noch? Hier laufen Cyberdrachen rum mit Vollpfosten. Geil! Also irgendwie war doch hier, hier war doch nur die Munition. Okay, wo ist, wo ist denn doch... Irgendwo war doch Dr. Carlisle sowieso, jetzt nicht. Oh mein Gott, Hunde! Setz die Minigun ein! Geil! Spurkorrektur. Rock'n'Row, Baby! War irgendwo dazwischen ein bisschen Story? Ich hab' nicht... Ich hab' nicht... Ich hab' nicht... Ich hab' nicht... Komm' mit Gericht... Oh, was mit der Mini? Ich rede nicht mit Psychos, eh ich töte sie... Okay... So, scheinbar gehört die Gegend jetzt auch uns... So, wer ist die nächste Mission? Wer ist die nächste Mission? Wer ist die nächste Mission? Tritt ein, wenn du dich traust! Ähm... Ja, trau' ich mich. Denkst, ich bin Feigling oder was? Jetzt hab' ich Angst, vom Videospiel... Wo kommen wir denn da hin? So, jetzt hab' ich aber erst mal da hoch. Und... Obwohl das eigentlich auch ein bisschen blöd ist, weil wahrscheinlich müssten wir sowieso nachher da hoch. Das sieht aus wie die letzte Mission da oben auf der Insel. Ähm... Wenn ich mir jetzt nachher so Hightech-Gefährt hier und ich überlege gerade... Ob ich anstatt diesem MP-Ding mich vielleicht mal... Wo ist denn... Ups... Die Pumpgun vielleicht mitnehmen, aber ich mag die Pumpgun... Pumpgun! In diesem Spiel eigentlich nicht so. Wo ist denn jetzt hier der Verkaufsautomat? Ich wollte mal ein bisschen was leveln, weil irgendwas hab' ich doch vorhin noch freigeschaltet. Ich habe etwas freigeschaltet. Etwas. Dass irgendetwas mit den Waffen macht. So, ähm... Waffen... War da irgendwas? Ne, hier war nichts bei. Ist die Vollautomatik bei? Ach cool, ja! Sprenggeschosse! Okay... Okay, das kostet 3000... Geld... Sprenggeschoss ist ziemlich cool. Bin ich dabei. Arbeitet das Magazin... Tausender... Bin ich dabei. Ach so, den... den kann man nicht verbessern. Terror 4000... Kann man nicht verbessern. Ach so, nein, 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 die will ich nicht mitnehmen. Ich wollte die nur verbessern. Nein, ach... Fick das Spiel. Okay. Ist mir egal. Obwohl... Ja, bei der Pumpgun müsste er mittlerweile mehr Munition haben. Ups. Mehr Munition ist eigentlich echt cool. Weil hier die... Ich rüste mal die Pumpgun aus. Mal gucken, was man da... Ach, Quatsch. Falsch. Was man da machen kann. Welche war das denn? Ne, das ist die Pistole. Das ist die... Ach... Patron-Gurt. Ähm... Ja, aber so viel Geld habe ich aber nicht. So, mal gucken, wie viel ist für die... Ah, cool. Okay, größeres Magazin... Und Laservisier. Okay. So. Ach, einfach mal einen scheiß leveln hier. Okay, da ist auch nicht so viel Muni. Und die macht ja nicht so viel Schaden. Das ist ziemlich bescheuert, die damit zu nehmen. Ah, weil die macht Schaden so? Okay, die macht mehr Schaden. Okay, dann ist das vielleicht... Für weit welche... Ballern habe ich ja das Scharfschutz. Wieviel macht denn die... Das ist ja die Pumpgun. Die macht so wenig Schaden. Okay, krass. Also, diese Pistole macht mehr Schaden. Diese Robocop-Pistole macht mehr Schaden als... Ähm, Dingens. Pumpgun. Willkommen in der Welt von Blood Dragon. Ach, warte, ich wollte mal speichern. Einfach mal so zum Spaß. Okay, spielt ihr mal mit dem Drachen irgendwo? Ich fahr mal hier so... Uh, äh... Warum ist denn da ein Zelt? Ah, okay, ja, okay. Da ist ein Jeep, der ist ja gelindet halt gut. Also, das ist schon okay. Für die Versicherung ist das okay. Warum ist das da drüben? Warum gibt es da keine Brücke benutzt? Äh, gibt es da auch keine... Ach, ich will mich eben. Ist mir egal. Ist sie eigentlich gesilenced? Ach, ja, die Bistole ist, glaube ich... Gesilenced. Gesilienz, äh... Dings und so. Scannen. Neue Mission lokalisiert. Keinen Gegner übrig lassen. Oh, cool. Hier ist dieses Ding. So. Ups. Garnisums Megaschelder deaktiviert. Garnisums Megaschelder deaktiviert. So, jetzt muss ich irgendwie noch ein... so ein Herz da rüberwerfen. Hm, klappt das? Ah, okay, fast. Ach so, hier kannst du ja reinwerfen. Okay. So, noch ein Versuch. Noch tausend Versuch. Ja. Drache. Ich höre einen Schrein. Er ist schon geilig auf das Herz, aber... Ist nichts zu sehen. Was baut denn ihr hier? Meine Fresse. Wie lange braucht der blöde Drache denn? Ich glaube, der macht gerade Mittagspause. Klarer Fall für Mittagspause. Glockenl 변ieren. Also irgendwie, Palt er... Palt der Drache das nicht. Und wenn du es nicht kaltest, dann kann ich mal aufkommen. Was soll ich da haben? Ich bin ein Lager, aber ich bin ein guter Alter. Augen auf. Da muss ich noch ein Kass sein. Geil. Geil. Ich wusste da, war ich. Was ist das? Heilige Scheiße. Ups. Sprenggeschosse. Geil. Uh, scheiße. Ja, komm. Also jetzt kommt dieses Drachen Vier. So, wie macht man den Scheiß Alarm aus? Ah, hier. Ja, klar, weißt du. Ich schmeiß ihm da sein Hapa Hapa hin und dann... Uh, okay, 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 ich gehe schon. Boah, Treffen wäre voll gut. Oh, da ist die Verstärkung. Oh, da ist die Verstärkung. Alter, Falter. Fick dich, Drache. Ja. Ja, 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 ja. Die Situation erfordert ihre Aufmerksamkeit. Jetzt bleibt Twitch einfach stehen. Ach, Amazon hat das? Irgendwie unter Kontrolle oder was? Wusste ich gar nicht. Los raus, Drache. Ansonsten leg ich dich um. Mega-Schilde online. Mega-Schilde online. Mega-Schilde online. Ja, komm her. Hey, Wixer. Wixer, Wixer. Nein, ich schieße auf den Drachen, bist du blind? Da steht ein riesiger Drachen vor der Tür. Das wird nicht gar nicht. Bäm. War das Robocock? Das war's für mich. Oh, selber Robocock-Dings. Er ist einfach in mein Gewehrfeuer gelaufen. Ich konnte es nicht verhindern. Weiß-Kassette. Ah, hier ist das mal an. Oh, was ist das? Oh mein Gott, Schokolade. Sie kommt direkt auf mich zu. Konsumartikel. Zeugs. 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 Ich glaube, den Mecker kann ich nicht kaufen, oder? Ich glaube, den Mecker ist nicht so gut. Okay, aber auch mein Gott, Schokolade. Oh, das ist locker. Versammtes Aufgang. Mmh. Mmh, soße. Mmh, soße. Schildkröten. In der Karnisation unter der Garnision leben Schildkröten. Sie blockieren Ruhe und freuen sich mit den Ratten an. Mach sie tot. Krass, ey. Verdammte Schildkröten gibt's hier. Shit. Mmh, die Omega-Fosse auf dem Boden. Wissenschaftler ist auf einem Boot. Du musst auch auf einem Boot. Töte die Soldaten und rette die Schildkröten. Okay. Ah, ich mach jetzt eine Schildkröten-Scheiß hier. Geil. Ja, dann nehme ich doch am besten mal meine Minigun mit. Wo ist denn der Scheiß jetzt hier? What the fuck? Wo ist mein Minigun? Oh, ne Pizza. Oh, oh, Teenage Mutant Hero Turtle zu leben hier. Wie soll ich mich wehren ohne? Oh fuck. Da ist eine Schildkröte. Da ist noch ein... Ah, überall Pizzaschachtel. Alter! Das ist die Schildkröte, die jetzt hier im Feuer... Hallo? Wie mach ich denn jetzt damit? Gehe ich nicht. Amazon hat es 2014 für knapp eine Milliarde gekauft. Da machen die so einen Blitzel damit, die Arschlöcher. Okay, ich glaube ich muss irgendwas mit dem Pizza packen. Ich glaube ich muss die aus ihren Scheiß, oder, kann ich vielleicht die Pizzastücke aufheben? Nein, kann ich auch nicht. Alter! Ach E drücken! Die Schildkröten freuen sich auch mit den Cyber Krokodilen an hier. Kann ich nicht kicken? Durch Nahkampfwaffen ver... Ach so. Gucken. Mein super riesen Gieren mit der ganzen schlauen Zeugs drin, der ganzen schlauen gliedrigen Masse hat es alles wieder versaut. ist nicht gepeilt. Ja, nicht hierher. So, komm her Schildi! Ich klaue euer Geld. Und oh oh, die freuen sich ja mit den Ratten an, das heißt, wir müssen wahrscheinlich auch vielleicht meistens Splinter töten. Jetzt habe ich Bock Tuttle zu gucken. Jetzt nicht weiter. Ich glaube am Anfang war noch irgendein Weg. Schildkröte hier einfach das Ding aufgedreht. Sauerei. Klar ist das Absicht. Pizzaschachteln, Schildkröten. Ah, da siehst du, da geht es weiter. Hier, Schildkröten könnten mich nicht austricksen. Versuchts doch! So. Kannst du mich verarschen? Ach so, jetzt ist es aus, okay. Geil. High Power, Zielfernrohr, Ultra krass und so. Verdammte Schildkröten, ey. Immer dasselbe mit denen. Voll die krassen Sachen machen die und so. Ähm. Na. Pfff. 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 Ich mag dieses, äh, Sprengzeugs. Das finde ich gut. Munizioni, Inventari auffüllen und sowas. So, ähm. Sollen wir den Quatsch mal noch her? Das klingt nach einer coolen Mission und erweitert das Magazin, finde ich so. All demselben Boot. 300 Meter. Obwohl 300 Meter ist so gelaufen, ja. Und ruck-zuck geschwollen, also, äh. WTF? Ach so, das war das Ding. Mich ärmer nicht. Pff. Pff. Oh, oh, oh. Number one. Gibt es noch mehr so einen Einstieg? Ach, Scheiße. Ach, ja. Ich dachte, die wäre ein bisschen dillwer. Hey, bring die Geisel um. Was ist die Scheißgeisel? Wie komme ich da hin? Fuck. Ach, der ist da vorne. Gesegnet sei der, der Augen hat. Es war sehr edel von Ihnen, mein Genie zu retten. Ja, ja. Lass dich nur nicht vom Hai fressen, wenn du jetzt nach Hause gehst. Oh mein Gott, das ist Schokolade. Sie kommt direkt auf mich zu. Die Augenvielfalt. Wunderbar. Was könnte ich wohl als nächstes rauchen? So, wo ist... Ach, da hängen wir dem Scheiß. Okay, der ist tot. Ja. 22, 22. Moment. Da ist ein Fernseher. Irgendwo. Warum ist er jetzt weg? Ja, ich bestehe mal den Cyber-Hai. Ach, guck an, da ist noch... Ach, das war diese... Ah, okay, diese Diense-Insel. Okay, okay, okay. Der ist auch noch ein riesiger... Hm. Okay, aber erstmal wieder kurz weg. Gibt's eigentlich ganz da einen kleinen Hafen? Dann nachgucken. Ja, sowas ähnliches gibt's ja tatsächlich. Was? Das ist... Komm... Wir spielen uns damals an B. Ne, warte mal, wer hat denn jetzt mehr Schaden? Macht dieses Ding, oder? Ich weiß nicht, die Pistole macht mehr Schaden. Okay. Ach, verpiss ich, Tiger. Na. Oh, 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 hier brennt er es. Oh, 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 hier brennt er es. Oh, 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 oh oh, 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 oh. Ich glaube, ich bin bereit, was wissen Sie über diesen Ort? Ach. Okay, noch nicht. Dann, okay, hier ist die Story schon vorbei. Okay. Scheint so, also langsam. Ne, dann mach ich lieber erst die anderen Sachen. Ups. Okay. 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 Evening, Mooney. Okay. Oh, voll. Oh, voll. Oh, my God. Oh, love. Oh, yeah. Wer hat mich denn noch von da hinten? Ach, da oben sind die! Also das Scharfschützengefühl gefällt mir mit Sprengmonie noch viel besser. Oh, da oben sind die. Kassan, kassan, kassan. Ja, wieder. Gut. Okay, jetzt geht's mit dem Hlaughter. Okay, jetzt geht's mal. Okay, jetzt gehen wir. Okay, jetzt gehen wir. Okay, jetzt gehen wir. Oh Mann, noch so einer. Oh Mann, noch so einer, noch so einer, noch so einer, noch so einer. Oh Mann, 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 noch so einer. Oh Mann. Oh Mann, noch so einer. Oh Mann. okay 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 ich hab kapiert die boote juckt es nicht irgendwie besonders juli Ach guck mal an, was ist das denn hier? Ich mach jetzt das Wasser nochmal, okay gut. Ich dachte das Ding macht so viel Schaden und jetzt hier... Errobert! Errobert? Nein, Errobert. Nicht Errobert. Gott, ja. Redet denn so Mist? Na, jetzt ein Verkaufsort ist ja gut. Okay, mit dem Geld ist das aber echt so. Man kann nicht einfach alles so aufleveln, stelle ich fest. Das ist echt diese Mini Mission und sowas machen. Okay, jetzt patrouillieren die, okay sehr gut. Ja ja, ich speichere jetzt der Stream. Endet erst mal noch was, den wir dran spielen. Na, tschüss, ne, also, tschüss, 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 tschüss.